Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch gerne erzählen, warum ich eine eigene Hautpflegelinie entwickelt habe, obwohl es doch schon, und das lässt sich wirklich nicht von der Hand weisen, Tausende gibt. Ich möchte euch Einblick geben in meine Philosophie und meine Gedanken dazu, denn ich bringe diese Produkte nicht auf den Markt, weil ich mich in den Vordergrund spielen möchte oder aus Eitelkeit, sondern weil ich meinen über Jahrzehnte gesammelten Erfahrungsschatz für schöne Haut sinnvoll zusammenfassen und ganz praktisch einsetzen möchte. Denn es ist mir ein echtes Anliegen, etwas Gutes und Sinnvolles zu schaffen. Und weil ich hier wirklich aus dem Nähkästchen plaudere, was die Entwicklung, die Gedanken, aber auch die Zweifel, Hürden und Schwierigkeiten, ein Hautpflegeprodukt auf den Markt zu bringen, mit sich führen, mache ich euch dazu zwei Videos. Heute geht es darum, wie ich den Entschluss gefasst habe und wie viele Jahre ich dann gebraucht habe, ihn umzusetzen. Mit dieser Offenheit und dem Wissen, das ich mit euch teile, möchte ich Transparenz schaffen in einem Business, das von vielen verständlicherweise als verwirrend und undurchsichtig angesehen wird. So, nun aber, man hat natürlich verschiedene Möglichkeiten, etwas auf den Markt zu bringen, zum Beispiel eine Schmuckkollektion oder eine Creme. Dann geht man beispielsweise zu einem Full-Service-Lohn oder Auftragshersteller, sagt diesem, was man gerne hätte und kann eine vorgefertigte, mehr oder weniger passende Rezeptur sozusagen aus dem Regal bekommen. Fehlen noch Name, Etikett, Verpackung und die rechtlichen Rahmenbedingungen müssen gecheckt werden. Und das Ding ist fertig. So oder ähnlich kann es laufen. Und dann hat man in drei bis sechs Monaten eine fertige Kosmetiklinie. Voila! Um das gleich festzuhalten, bei mir lief es anders. Ihr müsst wissen, dass der Prozess, meine eigene Pflegelinie Sensor pur zu entwickeln, über viele Jahre lief und die Idee dazu schon vor zehn Jahren geboren wurde. Mit meiner nun mehr als 20-jährigen Erfahrung als Hautärztin und Allergologin habe ich eine Menge Hautsorgen von vielen Tausenden von Menschen mitbekommen. Und, nicht immer, aber meistens lösen können. Hierbei sollten wir beachten, dazu gehört natürlich auch die heut pflegende Komponente. Und mir wurde schnell klar, dass bei der Vielzahl an Angeboten auf dem Markt, die teilweise mit unrealistischen Versprechen oder auch dem Wecken großer Hoffnung beworben werden, doch ein riesen Bedarf an Klarheit, weniger Schischi und wirklich funktionierenden Produkten besteht. Und bei all dem kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, denn ich hatte früher selber erhebliche Akne-Probleme, die ich aber mit entsprechendem Know-how glücklicherweise in den Griff bekommen habe. Meine Produktlinie ist sicher auch eine Reaktion auf die eigenen Frustrationen und die schlechten Erfahrungen mit unzähligen Marken. Im Unterschied dazu sind meine Produkte in erster Linie so konzipiert, dass sie die natürlichen Hautfunktionen unterstützen und stärken. Denn unsere Haut wird meist zu viel angetan und zu aggressiv mit ihr umgegangen. Wir müssen uns mal vorstellen, wir sind natürlicherweise mit einer super Barriere der Haut geboren. Und wenn wir jetzt in Abstimmung darauf die richtigen Pflegepräparate anwenden, dann können wir mit ihr zusammenarbeiten und sie nicht schädigen. In der Quintessenz, wenn es der Haut gut geht, geht es auch uns gut. Hört sich in der Theorie schön an, aber so ein Projekt muss natürlich gut durchdacht und vorbereitet werden. Und auch wenn es den Anschein hat, dass man damit schnell Geld machen kann, so muss man doch erstmal eine Menge Geld in die Entwicklung und Produktion stecken, viel Frustration und Rückschläge aushalten und Zweifel sind ein jahrelanger Begleiter. Vielleicht waren diese Zweifel bei mir besonders stark, weil ich natürlich als Wissenschaftlerin besonders strenge Maßstäbe ansetze. Aber nun stehen meine Produkte so da, dass ich sagen kann, es hat sich wirklich gelohnt, diese Geduld und die vielen Jahre hineinzustecken. Und indem ich euch nun die Entstehungsgeschichte meiner Hautpflegeserie über letztendlich ein Jahrzehnt erzähle, bin ich ja auch nicht jünger geworden. Deshalb habe ich freilich darauf geachtet, sinnvolle Wirkstoffe in sinnvoller Kombination zur Verzögerung der Hautalterung einzusetzen. Über diese Stoffe, ihre Kombinationen und Wirkungen in den Produkten mache ich euch noch ausführliche Einzelvideos. Denn heute geht es ja um das große Ganze. Meine Arbeit als Wissenschaftlerin, Hautärztin und Allergologin und die daraus gewonnenen Erkenntnisse habe ich aber nicht nur in meine eigene Hautpflegeserie einfließen lassen, sondern sie über die Jahre auch an große Kosmetikkonzerne, wie zum Beispiel Koti, weitergegeben. Aber das sei nur am Rande erwähnt. Und jetzt möchte ich euch etwas ganz Wichtiges sagen. Für mich sind heutzutage folgende Voraussetzungen nötig, um eine Kosmetiklinie auf den Markt zu bringen. Die Produkte sollten natürlich fair und ohne Tierleid hergestellt werden. Zudem sollten sie vegan sein. Alles andere ist heute nicht mehr zwingend nötig und daher auch nicht ethisch vertretbar. Um mit meiner Aufzählung weiterzumachen. Eine moderne Kosmetiklinie sollte klar und verständlich strukturiert sein. Und jedes einzelne Produkt sollte in sich selber mehrere Funktionen vereinen, also multifunktional sein, um uns das Leben zu erleichtern. Also mein Reinigungs- und Pflegekonzept braucht keine unnützen, unzähligen Flaschen und Tiegel mehr im Bad. Keine Pflegeroutine mit mehreren, verschiedenen, teilweise stark strapazierten Reinigungsprodukten für Augen, Gesicht, hartnäckiges Make-up und so weiter. Keine 8-10 Pflegeschritte mit vielen Seren, Cremes etc. Das dient natürlich super dem Verkauf von immer mehr und neuen Produkten. Aber unsere Haut hilft es überhaupt nicht. Keep it simple and effective. Einfach und effektiv. Das ist mein Motto. Die ständig neuen Cremes mit angeblich immer neuen Wunderwirkstoffen entstammen dem Marketing der Produzenten. Aber unsere Haut hat da keiner gefragt. Und es sei mir die Frage erlaubt, wenn all diese Wundercremes von so großer Wirkung wären, warum gibt es dann ständig neue Trendprodukte? Aber schöne Haut ist natürlich nicht nur das Ergebnis einer einzelnen Creme. In der Tat, konsequente Regelmäßigkeit mit den richtigen Produkten zahlt sich aus. Und das über Jahre. Es ist immer ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Ich wollte meine Hautpflegeprodukte von Anfang an clean konzipieren. Das heißt, auf umstrittene Inhaltsstoffe und überflüssige Zusatzstoffe verzichten. Es gibt eine Menge etablierter, billiger Inhaltsstoffe, die aus verschiedenen Gründen in meinen Produkten nichts zu suchen haben. Weil sie der Haut längerfristig keinen Vorteil bringen, sie manchmal sogar schädigen oder sich zudem auch noch negativ auf die Umwelt auswirken. Wie sich nun aber herausstellte, war das Auswählen der besten Inhaltsstoffe gar nicht so einfach und bedurfte im Entwicklungsprozess vieler Diskussionen, Erklärungen und noch mehr Änderungen der Texturen. Nach vier Jahren brachte ich dann meine ersten Produkte auf den Markt. Die Formulierungen so durchzusetzen, wie ich es mir vorstellte, war damals noch nicht gang und gäbe und hat mich nebenbei bemerkt auch in den darauffolgenden Jahren noch einige Nerven gekostet. So, das war das eine. Zum anderen wollte ich folgende weitere Kriterien erfüllen. Alle Produkte sollten immer ganz natürlich an den pH-Wert der Haut angepasst sein. Außerdem sollten sie auch für empfindlichste Haut geeignet sein, denn Wirksamkeit und Verträglichkeit müssen sich nicht widersprechen. Zudem hatte ich die Vorstellung von so einer Art Perfect Melt Formulierung. Das heißt, dass die Produkte nicht krümeln, wenn man Sonnencreme, Make-up oder Puder aufträgt. Das war nämlich ein Ärgernis, was mich selber bei vielen Marken besonders nervte. All das wollte ich erreichen, aber ohne diese Inhaltsstoffe. Dadurch wurden aber die herstellungstechnischen Probleme nicht geringer. Denn es gibt ja einen Grund, warum diese Stoffe von vielen Herstellern benutzt werden. Sie machen die Formulierung leichter, aber sie müssen nicht unbedingt zum Besten eurer Haut sein. Für mich machte es die Formulierung aber sehr viel aufwendiger, diese Stoffe herauszulassen und durch andere meiner Meinung nach bessere zu ersetzen. Bei meiner Pflegeserie stand für mich von Anfang an im Vordergrund, dass nur kompromisslos sinnvolle und hocheffektive Wirkstoffe hinein sollten. Und das Produkt für Produkt in jeweils perfekt aufeinander abgestimmten Kompositionen. Das bedeutet zum Beispiel für die Reinigung milde, besonders hautverträgliche Reinigungssubstanzen auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Für die Pflegeprodukte bedeutet das unter anderem potente Antioxidantien zum Schutz vor schädigenden Einflüssen von freien Radikalen. Außerdem je nach Indikation Wirkstoffe zur Verbesserung der Hautstruktur und Elastizität, zur Stärkung der Hautbarriere, zur Hautberuhigung und zur Verminderung von Entzündungsprozessen, Rötungen und Pigmentunregelmäßigkeiten. Aber auch zum Schutz gegen Schäden durch Luftverschmutzung, zur Anreicherung des Feuchtigkeitshaushalts, zur Regulierung der Talgproduktion bei Unreinheiten und natürlich zur Hinaus-Verzögerung der Hautalterung. Selbstverständlich war es mir wichtig, Wirkstoffe einzusetzen, für die in der dermatologisch-pharmazeutischen Fachwelt fundierte Effektivitätsnachweise bestehen. Eine weitere Herausforderung für mich war, diese dermatologischen Luxusformulierungen mit höchster Qualität und wissenschaftlichen Ansprüchen zu einem sehr fairen Preis-Leistungs-Verhältnis auf den Markt zu bringen. Zu den ganzen Entwicklungsprozessen möchte ich euch noch sagen, trotz meines wissenschaftlichen Know-hows und meiner praktischen Erfahrung kann ich natürlich nicht einfach eine Creme zusammen mischen. Hier kommen jetzt die Experten für Formulierungstechniken zum Einsatz. Erst die enge Zusammenarbeit mit Pharmazeuten, Biochemikern und Lebensmitteltechnologen haben diese idealen Formulierungen möglich gemacht. Und nach all den Jahren kann ich jetzt sagen, Mission und Relaunch completed. Herzlich Willkommen zum neuen Sensor Pur. Ach ja, und für alle, die noch wissen wollten, wie ich auf den Namen gekommen bin, ich wusste ja, was ich wollte und worum es mir ging. Für den Rest habe ich dann eine Nacht lang meine Scrabble-Bausteine auf den Boden herumgeschoben, bis ich es hatte. Sensor Pur sollte meine Pflegelinie heißen. Pure Sensibilität für die Bedürfnisse unserer Haut. Das war der erste Teil zur Entstehungsgeschichte von Sensor Pur. Mehr Informationen findet ihr in der Infobox. Und zu den rechtlichen, organisatorischen, technischen und finanziellen Prozessen, wie man eine Kosmetik-Serie auf den Markt bringt, erfahrt ihr alles Weitere im Folgevideo. Schön, dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.